Ja, einfach eben noch kriege. Ist okay. Hi. Zwei Leute? Psst. Ach, Raffi. Charakter... Alter Schwede. Ich möchte erstmal als erstes dieses untere Gebiet einnehmen. Äh, hab ich gerade Zeitvorgabe? Ich glaub nicht, ne? So, der Kino und so weiter sind hier unten. Den Musik. Justiz-Turm, um Robin zu retten. Überdenung für die Niederlage. Gruppe Frankie Family. Oh. Okay, ich muss die Frankie Family, ähm, deathen. Und trotzdem vorkommen. Gebrächtigst ist unser Tor. Oh, wait. Ne. Ich hätte gern mehr Damage. Da oben. Ja, klein ist okay. Warte mal, wenn ich... Ja, verdammt, ich bin dumm. Ja, komm her. Hier, komm, damit ich's einmal habe. Dann nehmen wir noch Ausdauer. Und dann was? Kein Ausrufezeichen mehr? Nö, kein Ausrufezeichen mehr. Säge setzen. Kippie. Äh, 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 wir schießen nicht, ne? Wir machen keine Range angriffen. Das wär unfair. Fuh, seh. Fuh, seh. Komisch raus. Und ich muss, glaube ich, ich weiß es nicht, ob es an der Switch liegt. Ich wäre in Game Harvest am Peak geschaut. Kann man jetzt den Peak mittlerweile legal irgendwo schauen, oder gibt's das? Schau heute, ne, Golden Way. Das ergibt keinen Sinn der Satz. Sorry. So, jetzt gib mir mal hier den Bereich. BAM! Das hat er gott uns? Ja, das hat er gott uns. Gut, dann können wir weitergehen. Schnell weiter. Ah, geht mir nicht auf den Keks. Da vorne ist der Spawner. Ach, hier warte mal, hier vorne ist auch ein Spawner. Ja, dann ist ja easy. Ich kann halt noch kein Gear 2. Das lerne ich ja hier erst. Beziehungsweise lernt Ruff ja hier erst. Das Spiel ist so schön. Das macht so viel Spaß. Cool Sinn. Und ne Headnutt. Und noch ne Headnutt. Komm, gib mir mir Gegner. Ich hab keine Zeitvorgabe, deswegen werde ich hier einfach durch... Oh Gott, Kettling. Ach, schön. Du Sinn. Ich schlägste mich einfach durch die kleinen Gegner. Ich hab meine Gegner getötet. Und jetzt komm. Wo ist er? Gib mir mir. Ach, der geht. Komm, komm, genau. Bazooka. Und das Torhütt uns. Ich hab euch keinen Sinn hergesiehen. Ach, schade. Na dann. Und jetzt go. Krisenmarine, Kommandant. Was ist mit dem nicht richtig? Im Riesentor, weil ich dir das so ein Pferd. Gib mir. Danke. Schau heute mehr Gold. Nein, das ergibt immer noch keinen Sinn. Du hast Stumpede gesehen. Ja, das verstehe ich. Aber schau heute mehr Gold. Ergibt keinen Sinn. Vom Wortlaut her nicht. Herr Frank, wir beginnen hier auf eine Tore zu. Aber ja, okay. Alles gleich. Ich muss ja immer nur dürfen. Aber zumindest ergibt es für mich keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie komplett brainet bin. Das ist für mich deswegen keinen Sinn ergibt. Aber immer noch die Frage zurück. Kann man Stumpede immer noch... ...und irgendwo schon legal online gucken? Marine Kommandanten kommen. Ja, komm. Kein Problem. Hier, gib mir mal... Ach so. Du schaust... Schau heute mir One Piece Gold an. Da fährt ein An. Jetzt habe ich verstanden. Es gibt One Piece Gold. Also ich... Stumpede kenne ich. Und ich kenne auch dieses... Dieses Black. Also es gibt ja One Piece Filme. Verschiedene One Piece Filme. Aber Gold? Gold ist mir tatsächlich neu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Hm. Ja, sorry. Ich muss ganz kurz sehen. So, jetzt komme ich zu euch. No. Warum ist da auf ein Marine Kommandant hingekommen? Das ist übrigens kompletter Irrsinn. Ich habe keinen, der Feuer hat oder sowas. So. Jetzt geht man hinter das Tor. So. Mehr Damage. Komm her. Ah. Zwei Marine Kommandanten. Ja, easy peasy. Schnitzeln wir weiter. Wo ist der andere? Noch nicht hier. Okay. Und das sind die... Ach, da ist der andere. Ja, komm. Geh weg. Hat er vorgelegt, dass unser Tor geöffnet? Na, dann... Go for it. Full Sinn. Ach, komm. Geh mir in den Sack. Schöne Basis, wo kein neuer Gesicht. Z... Oh, was? Hüftelfinkel... Ja, ja, alles gut. Ich muss erstmal hier kurz durchkommen und dann... Wo ist er? Wo ist der? Da. Rechts. Da. So, wir haben es auch eingenommen. Das ist ne Goldtruhe, ne? Ja, okay. Ich muss so... Der Weg zum Marinegebäude wird vom Marine kommen und dann versperren. Ja, alles klar. Ja, hab's verstanden. Da und da. Schaltet zum Gerichtsgebäude. Okay, kriegen wir hin. Gebt mir mal aus dem Weg, bitte. Hier, seid im Weg. Ich hab keine Zeitvorgabe, ne? Nö. Danke. Ich war ganz kurz zurück. Da gibt's nämlich noch ne Goldtruhe. Geh mal weg. Schließt meinen Weg. Ich weiß gar nicht, was ist dort. Oh. Mehr Leben. Danke. Also, ein Life-Up. Das ist guter Typ von der Frankie Family. Wir haben das genau ins Gesicht geschmissen. Das machen wir hier noch immer kurz. Jo, Nami läuft bei dir. Handführer ist da. Komm, den besiegen wir auch noch. Und ne schöne Bazooka ins Gesicht. Gesicht. So. Damit haben wir das Gebiet auch reingenommen. Hier, komm, geht mal nicht auf den Sack, ne? Hier, geht mal einfach weg. Nur, weil ihr alle gelten seid. So heißt es nicht, dass ihr hier sein dürft. So, ich muss zurück. Kommt dann hier rüber. Ah, da hinten durch. Das ist eine Side-Quest. Sanji. Äh, Euro-Territorium, blablabla, gemeinsam mit Sanji. Ja, kein Problem. Na, kein Gegner da. Ist ja ärgerlich. Wo ist der Spawner? Hier ist der Spawner. Boom. Ah, Elektris. Spawn me more. Ja, give me more. Ist kein Problem. Ich hebe mir meine Bazooka auf für den Boss. Also für den Anführer des Gebietes. Ne, ich will nicht zu weit befolgen. Ich will hier hinbleiben. So, der links, das Stück, der Bereich ist aufgetaucht. Ja, wir kommen jetzt Richtung der Bazooka ins Gesicht. Und dann gehört das auch uns. Bam. So. Wir müssen die beiden... Warte mal, ich nehme erst mal das hier vorne ein. Will ich jetzt schon dabei... Na, danke. Justizstraße Westen. Da vorne ist der Spawner. Ach, ist so easy, wenn man den Spawner gefunden hat, ja? Pistole. Moment, der Frank, ich will... Was? In der Mitte. Okay. Moment. Oh, noch einen Moment. Ich muss ganz kurz. Mein Herz kann helfen. Ja, komm, Chopper. Regel mal, bitte. Du schaffst das. I got you. I believe in you. Ich färsche mich hier gerade einfach nach rechts und links. Ist okay. Ja. Das sieht so gut aus, wenn die nach oben fliegen. Ja, die sind alle schon besiegt. Ich weiß. Gib mir die auf den Sack. Komm, wo ist er? There he is. Bazooka-Boom. So, die Justizstraße gehört auch uns. Kann ich jetzt nach innen laufen? Geht das? Oder ist das... No, komm, man hat der Franky... Nein, warum? Ist das ein Lusen, ey, oder? Kann ich gehen. Ich habe euch einen anderen Weg gegangen. Jetzt bin ich aber enttäuscht von euch. Ich dachte eigentlich, dass die Franky-Bange echt besser ist. Ach, dann nicht mehr. Ich schaue mich. Ohne egal, das ist ein Lusen. Ja, ein B. Kein Problem. War gerade nur ein bisschen verwirren. Aber es gibt noch ein Peace Goat. Das wusste ich nicht. Nein, um Gott. Schreib nicht weniger. Alles gut. Ich antworte. So gut es geht. Oh, hi, Sanji. Gut, dass du nichts tust. 200.000 Gegner besiegt. Äh, 200.000. 2000. I got this. Da, 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 da. Ah, die sind hinter dem Ton. Deswegen. Ja, komm. Ist aber egal. Die sind immer noch da. So, von nachher. Oh, warte mal. Hansabgang ist ein Geek, ne? Ihr wollt mich doch verarschen. So, wir poxen uns hier einfach weiter durch. Erstmal. Why not? Gib mir bitte das Stadtgebiet. Komm, gib mir den. Ja, da ist der Anführer. Wo ist er? Mein Gegner. Und zack. Schon gehört das Stadtgebiet Norden uns. Äh, ich muss. Warte. Warte mal. Warte mal. Das ist doof. Ich muss jetzt kurz über den anderen Weg rüberlaufen. Nein. Hier. Äh, das... Das ist natürlich immer noch ein feines Handpferd. Ich hätte das erwartet. Puh, einfach Durchschnitzeln hier. I like this. Ich muss euch gucken, ob es ein neues Dynasty Warriors oder sowas gibt. Das ist so viel Egeken hier. Ja, kein Ding. Ich nehme das erst ein und dann gehe ich zurück zu den anderen. Solange die anderen Frankie-Dudes nicht sterben, ist alles gut. Und die anderen Frankie-Dudes sind anscheinend relativ fein. I guess. Oh, wait. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz... Lass mich mal durch. Ich muss mal ganz kurz hier hinten hinlaufen, damit ich die Sidequest alternativ noch annehme. Stadtgebiet Osten. Oh, wo ist denn hier los? So. So. Gib mir die Sidequest. Osten einnehmen. So. Ja, alles klar. Ah, verdammt. Das ist nur hier unten. Ich hätte das da um einnehmen können. Ah, ist ja doof. Wo ist das? Ach, das Spawn ist direkt hier vorne. Ja, das ist ja easy. Kann man nicht mehr online schauen. Also nicht legal. Sagen wir es mal so. Ja gut, das heißt, ich muss mir Stumpet kaufen, sobald es möglich ist. Ja, ist ja gut. Gib mir doch endlich mal den... Komm schon. Ja. Wo ist er? Geh mir hin. Wo ist er? Ich habe ihn gesehen. Da. Schöne Versuche ins Gesicht. Bam. Dankeschön. Das Stadtgebiet gehört uns. Oh, wait. Lass nämlich mit. Oh, wait. Ach. Wo ist er? Da ist dein Führer. Zack. So. Das gehört auch uns. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt ganz entspannt hier rumlaufen. Wir müssen... Da komme ich von hier aus nicht hin. Also wir haben schon relativ viel eingenommen. Wir müssen die Barrikaden zerstören. Die von hier aus ausgehen. Ah ja, okay. Alles klar. Wie schnell Ruffy laufen kann manchmal. Oh. Teil des Weges immer wirst du beides geöffnet. Sonny steht vor den Gegnern. Na dann. Der Bereich gehört doch schon mir, oder nicht? Nee, gehört er nicht. Jetzt muss ich den zweiten Links auch noch öffnen, oder? Geh mir mal hier. Komm, geh mal weg. So. Okay, turnen wir uns mal noch ein bisschen nach vorne. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Oh, Gott. Oh, lol. Eine Ecke hängen geblieben. Leute. Sind da gerade... Da sind ganz viele von den Frankie-Piraten einfach dem Dings hinterher gelaufen. So, warte mal. Ich bin jetzt hier. Jetzt muss ich irgendwo... ...doch den Abweg finden. ...äh, wait. Ah, ich... ...puh. No. Ach Gott, ich bin falsch gelaufen. Von hier aus komme ich da lang. Okay, der hintere Bereich war offen, alles klar. Und jetzt kriege ich mir hier mit dem vorderen Bereich auf, damit ich Nami und Co. durchlassen kann. So. Oh, wow. Ein Hit. Der Intilisweg ist zum Hitsboarder ist geöffnet. Hilft der Frankie-Family und Co. ...den Bereich zu erreichen. Ja, easy ist Shit of my life. Ich schnitze mich hier mit euch durch. Sanji ist da vorne schon am Fighten, also von daher. Uh, Sinn. Wait a second. Wo bist du? Komm her, Anführer. So, gehen wir mal in Full-Burst-Mode. Und jetzt gibt's eine schöne Basis ins Gesicht. So. Der Platz von dem Gerichtsgewalt ist erobert. Na dann, macht mal auf hier. Hey. Ja, lauf mal ein bisschen schneller, Mister. Alter, das sieht echt scheiße aus, ne? Der Junge. So. Ich bin mir den Film halt echt nicht into it. Verteidige die Frankie-Family, während sie das Tor öffnet. Was? Ja, kein Ding. Hier kommt eh keiner. Das gehört alles ums. Marinekommandant. Wo ist er? Gebe mir. Wir müssen die Kommandanten besiegen, oder? Ja, kommt. Kommt einer her. Ich mach euch alle gleichzeitig kalt. Ist gar kein Problem. Kommen die nicht? Muss ich euch denn echt entgegenkommen? Äh, 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 Mr. Commander, bleib mal hier. So, Kommandant Nummer 1 ist down. Nummer 2 ist... Ach, komm, geht mir nicht auf den Sack. Ach, ich mach sie immer fertig, Armin. So, warte mal, ich muss hier an der Seite rein. Das ist komplett dumm. Armin, warum muss ich jetzt hier nochmal rein, damit ich da hinten hin komme? Ah, da ist er. Sack. Es gibt so Sachen... Ja, komm. Äh, 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 mach sie. Danke. Oh, du Blancenmedaille, das ist ja anstrengend. Nee, 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 nee. Wait a second. Komm, geht mir mal so einen Weg hier, scheiß Salvador-Pool-Dudes. Oh, nö, 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 nee. Äh, 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 Mr. Commander, bleib mal hier bei mir. Zack. Das waren erstmal die ganzen Kleinviecher. No. Ist er da? Ja, ist er da. Beginnt wieder mit der Arbeit. Achso, ich muss nur die besiegen, die hier gerade von mir rumlaufen, oder was? Also der, der mir gerade einfach frei entgegenläuft. Ja, komm her. So, jetzt ist die schöne Bazooka ins Gesicht und ihr seid auch geschichtet. So. Hier an der Seite ist noch einer. Oh wait, das sind gute. Äh, 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 Mr. Kommandant, bleib mal hier. Bleib mal ganz kurz bei mir, bitte. Wutz. Ah, ist da auch okay. Äh. Das ist ja easy, ist die Stimme halt erfolgreich geöffnet. Ja, dann ist ja easy peasy. Äh, 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 da ist ein Kommandant. Nö, 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 Mr. Komm mal wieder zurück. Hier, komm mal zu mir. Hier, komm mal hier, komm mal zu mir. Oh, du bleibst da stehen? Ja, ist ja easy. Bam. Gibt sich zum Dach des Gerichtsgebäudes. Ja, easy, ist schon nochmal live. Die Nebenbedingungen wurden geändert, was? Was sind denn Nebenbedingungen? Ja, die kämpfen jetzt hier vorne alleine, glaube ich, ne? Also die deffen sich hier alleine. Oh wait a second, warum ist denn da hinten nicht mehr meins? Oh, nur Momento, das muss ich mal ganz kurz ändern. Dann, ja, geht mir mal aus dem Weg. Das muss ich ganz kurz ändern. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Mr. Komm mal her. Das geht gar nicht. Was soll das? Da. Der Kommandant, der darf nicht mehr leben. So, 3000 Gegner besiegt. So, jetzt geht's mir besser. Kann ich, kann ich da drüber springen? Das geht nicht, oder? Warum geht das nicht? Ruffy springt auch hoch genug. Na, Sukeking. Na komm, Sukeking. Komm mit hier. Lass mal hier... Oh, wait. Sind wir schon so weit, dass wir den Anführer haben? Oh, tatsächlich. Und damit gehört auch dieser Bereich uns. So. Nee, wait. Wo war's? Hä? Ich muss hier noch ein Stück weiter. Warte mal. Doch, ich muss hier hoch, oder? Aber... Ah, dahinter geht's noch hoch. Ahaha. Alles klar. Gotcha. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt...